Hallo liebe Leute, hier ist der Kreuzleiter Korscher für euch mit einem neuen Video. Die Firma im heutigen Video hatte ich schon mal verarbeitet, doch leider tummeln die sich immer noch im Netz, um Menschen zu betrügen. Die Anrufe erhielt ich vom 6.2. bis zum 21.2.2023. Am Ende legte ich die Karten auf den Tisch und selbst das haben die nicht verstanden. Die langen Wartezeiten, während die Betrüger nach Antworten oder Informationen suchten, habe ich natürlich rausgeschnitten. Viel Spaß nun mit dieser königlichen Betrügerfirma. Wie immer geht's nach dem Intro los. Ja bitte? Guten Tag, ich heiße Jakob Adler, ich bin Kundenbetreuer. Sie haben sich angemeldet, online auf dem Finanzmarkt zu handeln. Hallo? Guten Tag, hören Sie mich jetzt? Ich habe Sie auch vorhin gehört. Okay, danke. Ich habe keine Antwort von Ihnen gehört. Okay. Ich heiße Jakob Adler, Sie haben sich angemeldet, online zu handeln. Und ich rufe Sie an, damit Sie handeln und verdienen können. Haben Sie schon Erfahrung des Handels auf dem Finanzmarkt? Auf dem Finanzmarkt? Nur entfernt, ja. Okay. Untermarkt ist der Größte der Welt. Dann sind Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Gas und so weiter. Ja, und was heißt unser Markt? Was heißt unser Markt? Finanzmarkt. Aber das ist ja nicht Ihr Markt. Es ist der allgemeine Finanzmarkt. Das ist der allgemeine Finanzmarkt. Genau, Sie haben recht. Ja, und unsere Firma vertreten dort unsere Kunden. Also, wir haben ein automatisches System, das erlaubt, ohne große Mühe zu verdienen. Das heißt, dort werden die Daten bearbeitet durch Mathematik, durch Statistik, durch Unterstützung unserer Experten. Finanzmarkt und erste Zeit werden Sie verdienen und... Ja, bitte? Hallo. Hallo, hören Sie mich jetzt? Ja, warum legen Sie denn immer auf? Ich habe die ganze Zeit gehört, wenn Sie was erzählt haben. Warum legen Sie denn auf? Okay, ich sende Ihnen WhatsApp und ich sende Ihnen E-Mail. Können Sie lesen und antworten? Sie... Nee, ich habe Sie ja jetzt am Telefon. Warum soll ich etwas lesen, wenn Sie am Telefon sind? Okay, dann erzähle ich Ihnen weiter. Ja, noch ein paar Minuten. Ja, erzählen Sie mal. Okay. Und Sie können online Ihr Konto beobachten und dadurch Geld verdienen. Sie können bei uns bis zu 45 Prozent pro Monat verdienen. Dazu brauchen wir Konto für Sie anzulegen. Minimaler Betrag ist 250 Euro. Ja? Ja, habe ich verstanden. Okay. Und wenn Sie jetzt keine Fragen haben, kann ich Ihnen erzählen, wie Konto anzulegen. Erstmal möchte ich gerne... Ich habe noch Fragen. Ja, bitte. Welches ist denn jetzt Ihre Plattform eigentlich? Das haben Sie ja noch gar nicht gesagt. Also, Sie haben sich registriert bei Oil Profit. Das ist unser Finanzprodukt. Aber unsere Plattform heißt Kingdom Investment. Aha. King... Kingdom Investment. Ja, ich gebe es jetzt erstmal ein. Ja? Investment, ein Wort geschrieben. Kingdom Investment. Wir senden Ihnen E-Mail mit Beschreibung. Nein, Sie können es ja einfach sagen. Ich habe Sie doch jetzt gerade am Telefon. Dann schreiben Sie noch einmal. Kingdom. Wissen Sie? Kingdom. Kingdom. Minus Investment mit T am Ende oder mit S am Ende? I, I, N, V, E, S, I, N... Oh, können Sie bitte Deutsch buchstabieren? I, 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 I Jetzt eine Minute, bitte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann nur besser werden, mein Bester. Guten Tag. Ja, hallo. Benutzen Sie WhatsApp nicht? Nein, der Kollege war ja nicht mehr in der Lage, die Plattform zu buchstabieren. So, also darf ich für Sie dann E-Mail schicken? Nein, nein, Sie sollen mir einfach erstmal buchstabieren. Also Kingdom Investment oder Investments mit T am Ende oder mit S am Ende oder mit T? Nein, T-S. Was? Der letzte ist T-S. Was? Benutzen Sie auch deutsche Buchstaben? Ja, also, warte ich kurz. I-N-V-E-S-C-M-E-N-C-S. Aha. Und wie geht es da weiter? Einfach so. Also, Punkt.io. Aha, so haben wir das doch schon mal. Naja, es tut mir so leid, ich habe es schon verstanden. Naja, genau. Punkt.io. Okay, das ist Ihre Plattform. Ja, genau. Okay, gut. Wir können für Sie ein simples Passwort machen. Ja, und ich schicke für Sie alle Daten und alle Informationen per E-Mail. Nö, das können Sie mir erstmal sehen, sagen. Ich habe ja nun mal Sie gerade am Telefon, dann können Sie mir sicherlich einige Informationen geben dazu. Ja, klar. Warte kurz. Warte, warten Sie kurz. Wir sind nicht per Du. Warten Sie kurz. Ja, ich habe nichts gesagt. Doch, warte kurz hast du gesagt. So. Also, warten Sie kurz. Ja, genau. Warten Sie kurz bitte. Okay, hallo. Ja. Hören Sie mich. Danke Ihnen noch einmal. Und jetzt, wie können Sie bei uns verdienen, ja? Habe ich schon Ihnen gesagt, damit Sie verdienen können, brauchen wir für Sie Konten anzulegen. In unserem System. E-Mail können Sie erhalten von uns, wenn ich Ihnen ein bisschen später schicke, ja? Kann ich sicherlich, aber ich möchte erst mal über Ihre Firma etwas wissen. Okay, okay. Ich erzähle Ihnen weiter. Also, wenn Sie Konten haben, können Sie bis 45 Prozent am Monat verdienen. Wie das arbeitet. Unsere Experten mit unserem System bearbeiten diesen riesigen Markt und wählen immer bessere Varianten aus. Was das bedeutet. Heute zum Beispiel geht Gas vor. Wir kaufen Gas ein. Ach, Gas. Zum Beispiel, das ist das Beispiel, Gas heute. Morgen kann es Bitcoin sein. Übermorgen Aktien von Siemens und so weiter. Wenn Sie alleine sind, ist das schwierig. Aber wir haben ein System, das dies alles bearbeitet und auch eine Gruppe von Experten. Deswegen wählen wir immer bessere Varianten aus. Das ist der erste Schritt. Erster Schritt, Sie kontrollieren nur Ihren Konten und sehen Gewinn. Und wann wollen, können Sie Gewinn auszahlen lassen. Stammen Geld auch. Und weiter, wenn Sie Lust haben, können Sie selbst handeln. Zum Beispiel, Sie sagen, ich möchte noch ein Konten für Yuan. Was bitte? Ich möchte, Sie sagen, zum Beispiel, Sie werden einen personellen Berater haben. Unbedingt. Wenn Sie beginnen. Und mit diesem Berater können Sie das besprechen. Zum Beispiel noch ein Konten, ein separater Konten für Gold machen, für Aktien, für Bitcoin. Das ist alles möglich. Sie werden sehen. Aber zuerst beobachten Sie Ihr Konten als Online-Bänken. Und damit Sie anfangen, brauchen wir, dieses erste Konten anzulegen. Minimum ist 250 Euro. Wenn Sie wollen, können Sie mehr bis 1.000 Euro einsteilen. Ja, und mehr geht nicht, oder was? Mehr geht, aber später. Politik ist solche. Sie machen erste Einteilung, sehen, wie das funktioniert. Weiter, wenn Ihnen gefällt, wenn Sie verstehen, wie das passiert, können Sie 10.000, 20.000, 30.000 einteilen, wie viel Sie wollen. Aber erster Schritt ist, also erste Einteilung ist bis 1.000. So ist es. Okay, gut. Okay. Und Sie können einteilen mit durch Online-Bänken oder mit Visa oder Mastercard. Haben Sie Visa oder Mastercard? Nee, habe ich nicht. Oder machen Sie, können Sie Online-Bänken machen? Das kann ich machen, ja. Okay, dann machen wir so. Wenn ich Ihnen jetzt die Mail sende, mit der Beschreibung unserer Systeme, und dort kommen die Daten, um einzuzahlen. Sie wollen selbst auswählen, wie viel Sie wollen. Wenn Sie für die 250 genug sind, ist okay. Wenn Sie mehr wollen, können Sie selbst das machen. Okay, das heißt... Wenn... Ja, ja, bitte. Das heißt, Sie schicken mir jetzt die Bankdaten. Ja, Sie bezahlen Geld. Schicken Sie sofort uns per E-Mail-Quittung. Das war nicht meine Frage. Sie schicken mir jetzt mal die Bankdaten für die Überweisung. Ist das richtig? Ja, ich schicke jetzt diese Daten in E-Mail. Gut, welche E-Mail-Adresse haben Sie denn von mir? Okay, ich sage jetzt, welche E-Mail-Adresse habe ich von Ihnen. Heinz Herbert. D-U-J-S-T-I-K Was? Können Sie bitte deutsche Buchstaben benutzen? Ich verstehe diese Buchstaben. Ich verstehe diese Buchstaben. Yeah, und so verstehe ich nicht. Ich bin deutsch und ich habe deutsche Buchstaben. Okay. H-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M-A-R-E-M Hallo, wir haben Ihnen vor einer Minute ein E-Mail gesendet. Hallo? Ja, gut, okay. Sehen Sie das? Ja, ich muss mich jetzt erstmal einloggen. Ich sende jetzt Ihnen noch ein E-Mail. Oder ich frage jetzt, was mein Kollege Ihnen gesendet hat. Und ich rufe Sie, wenn wir keine Antwort von Ihnen sehen, dann rufe ich Sie in halber Stunde wieder an, okay? Nee, ich kann ja warten drauf. Das ist ja kein Problem. Okay, dann warten wir auf Ihre Antwort, ja? Ja, naja, gut, nein, ich warte auf die Antwort. Ich möchte gerne die E-Mail sehen. Ich muss mich jetzt nur einloggen. Okay, okay, jetzt senden wir Ihnen alles. Warten Sie ein bisschen. Jetzt senden wir Ihnen alles per E-Mail. Ja. Wenn wir von Ihnen keine Antwort in einer Stunde sehen, dann rufen Sie... Hallo, verstehen Sie mich? Hallo, hallo? Ich sage Ihnen, ich warte jetzt hier am Telefon, bis die E-Mail da ist. Und dann werde ich bestimmt weitere Fragen haben. Okay, okay, dann warten wir, ja? Ja, genau, warten wir, genau. Okay, warten wir. Ich logge mich gerade ein bei meinem E-Mail-Postfach. Und dann werden wir das sehen, was da kommt. Vielleicht haben Sie den WhatsApp auf einer anderen Nummer. Nein, nein, habe ich nicht. Ich benutze kein WhatsApp. Okay, das ist auch zu verstehen. Das ist auch zu verstehen, ja. Ja, aber bis jetzt habe ich noch keine E-Mail erhalten. Jetzt frage ich meinen Kollegen... Moment, bitte. Hallo, jetzt sende ich Ihnen noch einmal, ja? Hallo? Ja. Ja, jetzt sende ich Ihnen noch ein E-Mail, um zu prüfen. Ja, aber die erste E-Mail ist ja schon noch gar nicht angekommen. Jetzt kommt die zweite. Ja, wenn die erste schon nicht angekommen wird, wird die zweite wohl auch nicht ankommen. Ich habe Ihnen vor zehn Sekunden ein E-Mail gesendet, nur auf Ihre Adresse. Mit plus plus. Was plus plus? Was ist plus plus? Das ist der E-Mail. Sie müssen einfach E-Mail erhalten. Ja gut, was ich erhalten habe, das habe ich, aber das ist ja... Was ist denn das für eine Firma? Unsere Handelsplattform heißt Kingdom Investment. Ach so, okay. Gut, aber... Also Handelsplattform. Ja, dann schicken Sie jetzt doch mal die Bankdaten. Okay, haben Sie E-Mail erhalten? Ja, natürlich, habe ich jetzt erhalten. Okay, okay, okay. Und jetzt sende ich Ihnen alles per E-Mail. Auch die Bankdaten. Ja, darauf warte ich jetzt. Auch die Bankdaten, Text, alle Beschreibungen, alles sende ich Ihnen jetzt in zwei Minuten, okay? Nee, das können Sie jetzt machen, ich warte am Telefon. Okay, jetzt dann warten Sie bitte noch einmal. Okay, jetzt mache ich alles. Ja. Ja, aber ich muss jetzt kapieren, das ist... So schwierig kann es ja eigentlich auch nicht sein. Ein paar Minuten, ein paar Minuten, kein Problem, jetzt machen wir alles. Ja, dann machen Sie mal. Jetzt machen wir. Warten Sie, Sie können mir jetzt erzählen, wer sind Sie nach Beruf und welche Erfahrungen haben Sie in diesem Gebiet? Ja, in welchem Gebiet jetzt genau? Also im Finanzkandel. Im Finanzkandel? Moment, ja. Ja, ich habe schon Erfahrungen. Wollen Sie jetzt eine Antwort haben oder wollen Sie weiterreden? Nein, 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 ich mache jetzt E-Mail für Sie. Ja, gut, okay, dann machen Sie. Ich mache jetzt E-Mail für Sie. Noch eine Minute, bitte. Jetzt kommen die Bankdaten. Ja. Jetzt, 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 jetzt. Uh-huh. Uh-huh. Ist schon gesendet. Okay, dann gucke ich mal. So, jetzt habe ich eins hier, dann gucke ich mir das mal an. Haben Sie das schon erhalten? Ja, ja, habe ich bekommen. Äh. Sehen Sie die Daten, ja? Ja. Die Bankdaten sind oben. Ja, ich sehe das. Wer ist denn, äh, Michailo Habert oder Hart? Wer ist das? Das ist, äh, das ist, äh, unser Abteilungsleiter der Finanzabteilung. Ah, ja. Und, äh, Ihre Firma, äh, sitzt wo? Wo sitzt Ihre Firma? Äh, äh, Firma heißt, äh, Handelsplattform heißt Income Investment. Ja, und wo sitzt diese Firma? Wo ist der rechtliche Sitz dieser Firma? In welchem Land? Äh, äh, wir sind in Berlin, aber wir haben, äh, auch zwei Stellen in, äh, Österreich, in Schweiz und, äh, in anderen Ländern auch. Das, das habe ich nicht gefragt. Ich sagte, wo ist der rechtliche Sitz der Firma? Da, ja. Berlin. In Berlin. Okay, dann meine Frage, äh, warum nutzen Sie dann, äh, ein Konto aus Litauen, wenn Sie in Berlin sitzen? Äh, wo sind die Konto, äh, ah, hier. Äh, okay. Jetzt, äh, rufe ich, äh, unseren, äh, Finanzminister. Also, äh, in, äh, Finanzen, äh, besser ist er, sag Ihnen über, äh, diesen, äh, Hallo. Sind Sie noch da? Hallo. Was soll denn sowas? Hallo. Hallo. Aha. So, jetzt, äh, hallo, hören Sie mich, ja? Ja, jetzt höre ich Sie wieder. So, ja, jetzt ist, äh, mir wurde alles erzählt. Äh, wir haben ein Hauptsitz in Berlin, ja? Ja. Aber bei uns, äh, zwei Stellen, äh, sind auch in, äh, Warschau, in Vilnius und, äh, deswegen arbeitet, äh, kann, äh, unsere Bank, äh, äh, Litauen arbeiten. Achso, okay. Und warum... Ja, und warum rufen Sie mit einer Nummer aus Großbritannien an? Warum rufen Sie dich mit einer deutschen, äh, warum rufen Sie dich mit einer deutschen Telefonnummer an? Äh, wir sind eine große Firma. Bei uns ist IP-Telefonie. Äh, bei uns sind Rundfunkanlagen. Ich rufe an, ich weiß nicht, durch welche Linie und durch welche Rundfunkanlage, durch welche IP, äh, meinen Anruf geht. Rundfunkanlagen? Wissen Sie, was Rundfunkanlagen ist? Sie haben doch kein Radio, keine Radiostation. Was für die Radiostation, äh, Sie haben gesagt, Rundfunkanlage, haben Sie gesagt. Äh, Telefonanlage. Ach. Telefonanlage, Telefonanlage. Okay, also Sie sitzen in Berlin, sagt Sie. Ihr Hauptsitz ist in Berlin. Ja, und Rad ist in Berlin. Und wo sitzen Sie da in Berlin? Die Adresse? Äh, jetzt sage ich Ihnen die Adresse. Ja, sagen Sie mal. Ich bin, ich bin in der Office hier daneben und jetzt sage ich Ihnen die Hauptadresse. Moment mal. Wissen Sie die nicht aus dem Kopf, oder was? Ich bin in der Office nicht weit und ich, äh, jetzt sage ich Ihnen die Adresse. Aber die müssen doch, die müssen doch, die müssen doch die Adresse, die Adresse wissen, wo Sie täglich hingehen, wenn Sie da telefonieren. Ein Moment, jetzt sage ich Ihnen die Adresse. Ein Moment. Sie kommt da jeden Tag zur Arbeit hin? Friedrichstraße, äh, Friedrichstraße, äh, 95. Friedrichstraße. Friedrichstraße, 95. 95 in Berlin. In Berlin, genau. Okay, und welcher Stadtteil ist das von Berlin? Äh, 1017. Die, äh, die Adresse ist, äh, Hochhaus Friedrichstraße, 95, äh, 1017 Berlin. Ja, okay, aber welcher Stadtteil ist das, das wollte ich fragen. Jetzt frage ich das. Ich bin nicht, äh, in diesem Office. Ja, dann fragen Sie das, welcher Stadtteil das ist. Hallo, sind Sie noch da? Ja, hallo. Wer ist da jetzt? Hallo, hallo, Victoria Emila ist hier. Ja, Victoria Emila ist hier, Finanzabteil. Und, äh, ich habe mit meinem Kollegen, meinem Kollegen, Herr Adler gesprochen. Es ist sehr laut bei Ihnen. Können Sie mal bitte vor Ruhe sorgen? Äh, das ist, normalerweise haben wir ein bisschen Musik auf Hintergrund, weil das ist viel Managers ist in einer Halle. Hören Sie mich? Ja, aber sehr schlecht, weil es sehr laut ist. Nee, ich höre Sie ja. Also, ich hatte gefragt, in welchem Stadtteil Ihre Firma dann jetzt ist in Berlin. In Berlin, das ist Friedrichstraße, 95, in Holzhaus. Ja, die Frage war, in welchem Stadtteil von Berlin das ist. So, da kann ich Ihnen nichts sagen. Ich bin nicht in Berlin. Das Hauptsitz ist in Berlin. Aber wir sind in München. Danach haben wir viele alle in Hamburg in Deutschland, ja. Aber der Kollege hat doch gesagt, er ist in Berlin. Und jetzt ist er nach nebenan gegangen. Und jetzt sind Sie auf einmal, und Sie sind jetzt in München. Obwohl... Nein, nein, ich bin unter der Abteilung, Finanzabteilung in München. Ja, aber... Deswegen, er hat Probleme mit... Ich habe Probleme, ich habe verstanden, dass Sie haben Probleme mit Einzahlung. Deswegen, er hat auch Hilfe gedruckt. Deswegen bin ich in Verbindung. Okay, okay. Und wo sind Sie, sind Sie dann jetzt in München? Nochmal? Und wo sitzen Sie dann jetzt in München? Soll ich Ihnen schicken, unsere... Nee, können Sie doch, können Sie doch einfach sagen. Können Sie doch einfach sagen, wo Sie in München sitzen? Nee, Wiener Straße. Wiener Straße. In welchem Stadtteil von München dann? Hallo? Ja, hallo, hallo, ja. In welchem Stadtteil von München? Hallo? Ja, ist mir schon klar. Jetzt hören Sie mich natürlich wieder nicht. Hallo? Hallo? Das ist ja eine ganz schön schlechte Telefonleitung für Deutschland. Innerhalb Deutschlands so eine schlechte Leitung. Na, kommt da noch was? Ja, bitte. Herr Dr. Dick, guten Tag. Ich heiße Jakob Adler. Wir haben mit Ihnen schon gestern gesprochen, mehrmals. Und meine Kollegen haben mit Ihnen gesprochen über Ihren Handel auf dem Finanzmarkt. Ich habe Ihnen per E-Mail alle Informationen gesendet. Was denken Sie weiter? Sagen Sie bitte. Das habe ich noch nicht gesehen, die Informationen. Welche Informationen haben Sie denn gesendet? Die letzte Information, die habe ich Ihnen gesendet, ist über unsere Firma. Vorher habe ich Ihnen Informationen gesendet, auch über unser Business, unsere Bankdaten und andere System. Sie haben alles, also ich habe alles, ich meine alles, was nötig ist, Ihnen gesendet. Prüfen Sie bitte alles. An welche E-Mail-Adresse haben Sie denn gesendet? Heinz-Hebert-Duster-Dick-Gm8.de. Das ist Ihre Adresse. Wir haben gestern das geprüft. Sie haben gesagt, dass Sie Erhaltung haben. Ja, aber Gm8 habe ich ja nicht als E-Mail-Adresse. Gm8 kenne ich gar nicht. Und sagen Sie mir bitte, welche? Nicht Gm8, aber welche Buchstaben haben Sie dort? Ja, Gm8, Sie sprechen so schlecht Deutsch, dass ich gar nicht verstehe, was Sie meinen. Gm8, die letzten Buchstaben, äh, Buchstaben, äh, bevor, äh, D, bevor Deutschland. Äh. Nach Ad, nach Ad, was haben Sie? Nach Ad. Ja, Sie haben mir das doch schon geschickt. Können Sie das nicht lesen, die E-Mail-Adresse? Sprechen Sie so schlecht Deutsch? Äh, Sie haben, äh, ich habe Ihnen eine E-Mail gesendet. Sie haben gesagt, ja. Sie haben das erhalten. Ja, aber nicht an Gm8. Lesen Sie doch einfach mal die E-Mail. Sie sprechen so schlecht Deutsch, dass Sie noch nicht mal lesen können. Äh, können Sie, äh, auf, äh, meinen, äh, E-Mail antworten, bitte. Was Sie wollen. Damit ich, äh, prüfen konnte, ist das Ihr E-Mail oder ist das nicht Ihr E-Mail. So, äh, und, äh, äh, ja. Sie haben mir irgendwas geschickt. Ja. Wir haben, äh, wir warten Antwort von Ihnen. Ach so, okay. Und, äh, warten Sie mal, welche Firma war das nochmal? Äh, äh, Kingdom Investment. Aber Sie haben bei, äh, bei Oil Profit registriert. Ah ja, okay. Ja, Kingdom Investment ist... Jakob Adler ist, ja, Jakob Adler ist mein Name. Ja, ja, okay, klar. Aber komischerweise, äh, wo, wo sind Sie denn, äh, äh, reguliert, wollte ich nochmal wissen. Habe ich Ihnen schon gesendet, äh, gestern. Ja, naja. Ja, aber... Die Firma ist, äh, Hauptoffice ist, äh, United Kingdom. Ja. Habe ich Link Ihnen gesendet. Ja, Sie haben ja einen Link gesendet, aber unter der Nummer finde ich da nichts. Wenn ich Ihre Nummer... Diese Nummer, die da drin steht, diese SC 428631. Und meine Frage ist, wo sind Sie da registriert? Unter der Nummer. Die Hauptfirma ist in England. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, wo Sie registriert und reguliert werden. Bei welchen... Bei welchen... Bei welchen... Bei welchen... Bei welchen... Ich habe Ihnen gesendet, äh, Link auf die Seite. Dort, äh, ist die ganze Information. Ja, und sagen... Was brauchen Sie? Sagen Sie mir einfach, wo Sie reguliert sind. Ich will das, äh, extern überprüfen. Also, wo sind Sie reguliert? Haben Sie meinen, äh, Link gesehen? Ja, aber ich möchte es gerne extern überprüfen. Und deswegen frage ich Sie, wo sind Sie reguliert? Okay, äh, machen wir so. Ich, äh... Beantworten Sie einfach meine Frage. Beantworten Sie einfach meine Frage. Wo sind Sie reguliert? Was meinen Sie als reguliert? Es gibt, äh, Gesetzgebung. Es gibt... Gesetzgebung in England. Es gibt Gesetzgebung in Deutschland. Es gibt Finanzabteilung. Ja, hallo, hallo. Labern Sie doch nicht so. Hören Sie doch einfach mal zu. Meine Herren. Also, es gibt in England zwei, äh, Organisationen, die, äh, regulieren. Und von, bei welcher der beiden sind Sie reguliert? Ja, okay, dann... Ich weiß nur, ich weiß nur, was ich gesendet habe. Ja, aber das... Ich möchte das gerne extern überprüfen. Deswegen frage ich nach. Okay, äh, senden Sie mir bitte diese Praxis per E-Mail. Nein, mach ich nicht. Warum? Nein, nein. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Sie... Warum ist das... Wenn Sie mich einfach mal ausreden lassen würden, ewig dazwischen zu reden, was soll denn Scheiß? Also, ja, wenn Sie einfach mal zuhören würden und nicht ewig dazwischen reden würden. Also, es gibt in Großbritannien zwei Möglichkeiten, wo Finanzdienstleister reguliert werden. Und Sie wissen beide nicht. Ich weiß nicht genau die Antwort auf diese Frage. Ja, gut, okay, dann hat sich das schon erledigt. Okay, schreiben Sie bitte diese Frage per E-Mail. Nein, ich schreibe Ihnen keine E-Mail mehr. Ich habe schon zu viel... Nee. Ich bin's, ich bin's leid hier. Sie sprechen so schlecht Deutsch, dass Sie die einfachsten Fragen nicht beantworten können. Also, was weiter? Sagen Sie mir bitte. Ich habe es jetzt dreimal wiederholt. Wo sind Sie reguliert? Ich habe Ihnen gesendet, wo wir sind reguliert. Und ich habe nochmal gefragt. Ich habe nochmal gefragt. Es gibt die... Es gibt die FCA und die PRA. Und wo von den beiden... Ich weiß nicht. Ja, gut, dann hat sich das erledigt. Dann hat sich das schon erledigt. Wenn Sie das nicht wissen, kein Problem. Sie können mir einfach eine E-Mail schreiben, wo... Sie müssen mir keinen Link schreiben. Sie können mir einfach nur schreiben, wo Sie reguliert sind. Bei der FCA oder bei der PRA. FCA oder... Sie wissen ja gar nichts. Sie wissen ja gar nichts. Ich... Das ist nicht mein... Mein Profit. Ich bin Kundenbetreuer, aber nicht von Finanzen, nicht von Justiz. Ja, aber genau... Justiz müssen... Ich habe Ihnen schon gesagt. Sie reden wieder dazwischen. Es ist fürchterlich. Also, als Kundenbetreuer oder als Accountmanager sollten Sie sowas wissen. Weil es schlicht und ergreifend die ersten Fragen sind, die einen Anleger interessieren. Wenn Sie das nicht beantworten können, gut. Wie gesagt, es gibt die FCA und die PRA. Schreiben Sie einfach eine E-Mail, wo drin steht PRA oder FCA. Wo sind Sie reguliert? Mehr brauchen Sie nicht. Okay, ich erfahre und schreibe Ihnen. Genau. Per E-Mail. Genau. Das können Sie machen. Dann kann ich das extern überprüfen, ob das stimmt, was da steht. Okay. Und können Sie mir bitte eine kurze Antwort schreiben per E-Mail, damit ich prüfen konnte, dass Sie meine E-Mail erhalten haben? Das, 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 ja, wenn ich, die anderen E-Mails habe ich doch auch erhalten. Warum sollte ich die dann nicht erhalten? Okay. Ich schreibe Ihnen noch ein E-Mail, ja? Genau. Und was, was genau wollen Sie da reinschreiben? Nun mal zur Kontrolle. Ich, äh, frage, äh, in unserer Finanzabteilung, äh, über FCA oder PRA. PRA, richtig. Ja, weil Sie mir sagen, dann schreibe ich Ihnen. Genau. Okay. Dann schreiben Sie mir die E-Mail. Okay, ich mache das. Ja? Okay. Dann bis dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja. Und ich würde gerne von Ihnen Antwort haben. Ja, wenn es mir gefällt, was ich da sehe, dann werde ich Ihnen vielleicht antworten. Das kommt auf Ihre E-Mail an. Wenn Sie wieder nur drum herum reden und keine Informationen geben, dann werde ich sicherlich nicht antworten. Ich habe verstanden. Gut. Alles Gute Ihnen, ja. Ja, danke. Ebenso. Ja, danke. Ich habe Ihre Fragen beantwortet. Ja? Haben Sie mein E-Mail schon erhalten? Äh, ja, müsste ich aber nochmal reingucken. Habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Äh, ich habe vor drei Tagen, äh, alle Ihre fünf Fragen, äh, beantwortet. Und jetzt warten wir auf Ihre Reaktion. Ja, hatte ich noch keine Zeit für. Hatte ich noch keine Zeit für. Ich muss überhaupt... Äh, okay. Ich muss arbeiten. Sagen Sie wahr, äh, sagen Sie wahr, ich Sie wieder anrufen kann. Und welche Zeit? Ja, äh, ich habe, ich kriege gerade ein Gespräch. Kann ich Ihnen noch nicht sagen. Okay, äh, lesen Sie bitte noch einmal E-Mail, äh. Ja, ja, mache ich dann. Äh, äh, ja, 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 ja. Das sind unsere, äh, Finanzdaten. Sie können bezahlen und bei uns handeln. Ja, mache ich dann. Melden Sie sich einfach wieder. Äh, okay. Okay, vielen Dank Ihnen und wir warten, ja. Ja, tschüss. Alles Gute, ja. Hallo? Äh, guten Morgen. Äh, hier ist Jakob Adler. Wir haben mit Ihnen, äh, gesprochen. Und, äh, per E-Mail unterhalten Sie sich, ja? Und, äh, ich habe, äh, auf Ihre Fragen beantwortet. Per E-Mail, ja? Haben Sie nicht gegessen? Herr Büsterdick. Was habe ich gegessen? Äh, Sie haben mir, äh, für E-Mail, äh, fünf, äh, Fragen gegeben. Ja. Ich habe, ja, ich habe auf Ihre E-Mail geantwortet. Äh, und auch, äh, habe ich Ihnen, äh, unsere Bankdaten gesendet. Wir hoffen, dass Sie bei uns, äh, kontaktivieren und, äh, handeln werden und verdienen werden. Äh, welche Firma war das nochmal? Äh, wir, äh, Sie haben, äh, bei, äh, Öl Profit, äh, registriert. Ja, aber das ist, äh, Ihre Firma war, glaube ich, nicht Öl Profit, oder? Aber unsere, äh, unsere Handelsplattform heißt, äh, Kindern Investment. Ich habe Ihnen das alles schon erzählt und auch, äh, solche E-Mail geschrieben. Ja, äh, müsste ich nochmal in die E-Mails reingucken. Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Okay, dann antworten Sie mir bitte, ja? Ja, ich kann ja, ich kann ja gucken, ich kann mich einfach mal einloggen. Ist ja... Äh, also ich muss auf Ihre Antwort warten, ja? Für E-Mail, genau. Ja, nein, von mir aus, für, wie gesagt, ich könnte ja jetzt auch irgendwie rein, äh, reinschauen. Äh, vielleicht, äh, muss ich, äh, Ihnen diese E-Mail wiederum senden. Ja, ich, ich brauche ja nur reingucken. Äh, äh, gucken Sie bitte, äh, noch ein und dann warte ich auf Ihre Antwort, okay? Ja, von mir aus dann auch das. Ja, wir warten auf Ihre Antwort. Ja, wenn Sie jetzt nicht warten, wenn Sie jetzt nicht warten wollen, dann warten Sie halt weiter. Kein Problem. Okay. Okay. Und, äh, wir hoffen, dass Sie bei uns kontaktivieren und handeln werden, weil, äh, von Ihnen schon keine Fragen sind. Ja, wie gesagt, ich habe Ihnen ja angeboten, dann, äh, aber gut, wenn Sie das so wollen, kein Problem, dann warten Sie weiter. Okay. Äh, das E-Mail wurde Ihnen ungefähr vor einer Woche gesendet. Das kann durchaus sein, das, da müsste ich nachgucken. Okay, gucken Sie bitte nach. Ja? Ja, genau. Ja, genau. Okay. Einen schönen Dank Ihnen und alles das Beste. Ja, danke. Danke. Danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Ja, bis dann. Bis dann, ja. Ja, bitte. Ja, bitte. Hier ist wieder Jakob Adler. Ja. Ich habe Ihre Antwort gesehen, aber ich habe Ihnen die E-Mail wieder gesehen. Ja, gut. Also, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ja. Ja. Wissen Sie, dass die BaFin vor Ihnen warnt? Was bedeutet BaFin auf der Wand? Na, kann manchmal... Sagt der Begriff BaFin, nicht? Sagt der Begriff BaFin Ihnen etwas? Weiß ich nicht, was Sie meinen. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen. BaFin. Ah, äh, das weiß ich nicht, äh, vielleicht sprechen Sie mit unserem, äh, unserem Finanzberater. Ja, von mir aus auch das. Von mir aus auch das. Okay, okay. Ich, äh, rufe, äh, in, äh, jetzt an einen. Ja, hallo. Ja, guten Tag. Schönen guten Tag, Herr. Äh, Herr Hein. Also... Ne, im Düsterdick ist mein Name. Äh, und... Schönen Sie bitte. Bitte? Es ist sehr laut bei Ihnen. Ich verstehe Sie kaum. Ja, Herr Düsterdick. Äh, sagen Sie mir bitte, welche Fragen haben Sie? Ne, ich habe keine Fragen. Ich habe nur so einige festgestellt. Der Kollege konnte ja so schlecht Deutsch, dass er das noch gar nicht verstanden hat. Sie wissen ja sicherlich, dass die BaFin gegen Ihr Unternehmen ermittelt, richtig? Ja. Hallo? Hallo? Ja, und? Was sagen Sie dazu? Also, äh, jetzt wir aktivieren Ihre Handelskonto und dann... Verstehen Sie eigentlich, was ich sage? Können Sie noch einmal sagen? Ich würde es jetzt erstellen. Ja, dann würden Sie sich einfach mal für Ruhe sorgen. Dann hören Sie vielleicht auch ein bisschen besser. Hallo? Hallo, ja? Ja. Jetzt ist es besser. Ja? Gut, okay. Äh, Sie sind eine englische Firma, ja? Ja, wir haben auch... Hallo, ich habe doch nicht fertig geredet. Ja, das habe ich nicht gefragt. Ihr Hauptsitz ist in England. Ihr rechtlicher Sitz ist in England. Und Sie rufen mit einer österreichischen Telefonnummer an. Weil wir rufen Ihnen, äh, mit Hilfe von IT-Telefonnummern. Das ist verboten in Deutschland. Warum Sie denken so? Das weiß ich, weil das, äh, das Gesetz sagt es. Sie müssen aus dem Land anrufen, in dem Sie sitzen. Und Sie sitzen in, äh, in Großbritannien und von daher aus müssen Sie anrufen mit einer anderen Telefonnummer. So, das ist das Erste. Sagt Ihnen der... Jetzt werde ich Ihnen fertig. Ich war noch nicht fertig. Nein, 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 ich war noch nicht fertig. Ich war noch nicht fertig. Äh, Ihnen ist, äh, Regulation ist mit Ihnen bekannt, ja? Sie sind ja angeblich bei der, bei der FCA reguliert, richtig? Ja. Sie wissen, was die BaFin ist? Ja. Die BaFin warnt vor Ihnen. Sie hat einen Leitfaden rausgegeben für Ihre Firma. Sie sind eine Betrügerfirma. Nein. Doch, sind Sie. Okay, beweisen Sie mir das Gegenteil. Warum Sie denken, dass es Ihnen gerade erzählt hat. Das habe ich Ihnen gerade erzählt. Habe ich Ihnen gerade erzählt. So, jetzt beweisen Sie mir das Gegenteil. Keine Beweise? Okay, sagen Sie. Sie aktivieren Ihr Handelskonto oder nein? Sie, Sie, Sie verstehen wirklich kein Deutsch, ja? Sie sind eine Betrügerfirma und wollen von mir Geld haben. Das glaube ich ja wohl nicht. Sie sind keine Betrüger. Ich habe gesagt, Ihnen. Doch, ja, beweisen Sie mir, dass Sie keine Betrüger sind. Beweisen Sie es. Sie sind lizenzierte Firma. Nein, seid ihr nicht. Ich habe das bei der FCA überprüft. Ja. Haben Sie gesehen unsere Lizenz? Ja, auf den ersten Blick scheiden Sie so. Aber in Wirklichkeit sind Sie es nicht. Die BaFin warnt vor Ihnen. Es gibt sehr viele Fälle in Deutschland, da Sie betrogen haben, weil Sie nicht auszahlen, kein Geld zurückzahlen. Sehr, sehr viele. Mehrere Anwaltskanzleien ermitteln gegen Sie. Die BaFin warnt vor Ihnen. Die FINMA waren vor Ihnen. Die FMA waren vor Ihnen. Alle warnen vor Ihnen, weil Sie eine Betrügerfirma sind. Okay, Sie können denken so. Ja, nicht nur ich denke ich so. Nicht nur ich denke so. Es denken jede Menge Rechtsanwälte und Polizei denkt so. So, und nun? Haben Sie etwas zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Sie geben an, Ihre Webseite wäre so und so alt. Die ist gerade mal, Augenblick, kann ich direkt überprüfen. Die ist heute gerade 124 Tage alt. Und? Irgendwas dazu zu sagen? Offensichtlich nicht. Ja, wenn Sie nicht reden, dann lege ich jetzt auf. Wenn Sie keine Lust mehr darauf haben, dann lassen wir es einfach weiterlaufen, bis Sie auflegen. Übrigens werden Sie Ihre Firma auch auf YouTube sehen. Wir werden alle vor Ihrer Firma warnen. Das hat sich bald erledigt mit Ihrer Webseite, die Sie ja sowieso schon öfter mal geändert haben. Von NET und COM und I.O. und alles. Hahaha. Schlechte, schlechte Betrüger.